zwei stück auf einmal kommt mit anlauf am bus ist hier richtig party ich bin nicht mehr im auto was sollte es ja da kommen wir gleich den lassen es erstmal die schule weg bringen ja einfach mal auf der straße bleiben da kann man kann man nicht vorbeifahren ich wollte sagen mit mir kannst du dich sicherer fahren und da kommt setzte mit der strecke zurück muss mein messer reparieren kann sich hier machen kommen steck aus perle living in der leite und so guck mal ich habe hier weg das was zu plündern habe ich folge kohlen wer ist in kohlen schon wieder wir müssen jetzt nachlaufen die länder alles verlorung jetzt hier der drohte ausrufezeichen er legte linderung wir setzen hier macht am eigenen einbau wird einbau doppelklinge nehmen wir mit abgeschlossen die braucher werkbank da ist keine hier ist auch da oben keine die werkbank hinter darwin bark in dem raum mit garantie sagen finden da sind ist so kein raum mehr ach doch das ist ja noch nicht darwin park da kommen wir rein da warum ist loch kollin und die weg andere spieler warten auf sich ja die warten hier zuerst mal wir sollen jedoch warten dass du denke wo seid ihr denn ich bin hier bei dir irgendwo du warst gerade hier sagen die warten ja und die werkbank ist noch abgeschlossen da kommt sogar nicht rein da muss erst in den 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 generator dann machen so wird es in jungen entschuldigung hat genießt andere spieler warten auf mich ja ist es mir doch wurscht ja hier bin da kann losgehen aufzeichnung aber wir warten hier oben auf euch im turm richtung tanker ihr solltet darauf kommen dass die quest weiter geht ja eigentlich ist oben hier die quest die nächste leuchtturm da ist so roter kreis da kann man reingehen der kollege auf den leuchtturm oben genau auf den leuchtturm oben ja ja dann sind wir jetzt alle auf den leuchtturm auf die andere seite quatschen er brüllt ständig irgendwas jetzt nicht die muskaten leute doch nur alles genau vielen dank dann hören wir jetzt mal es quatschen ein bisschen besser animieren können kann denn nicht abstechen die zunge ist einfach ein schwarzes etwas in seinen mund ja dann gehen wir wieder runter oder wohin suche eine packung schmerztabletten ja kommen ihr kürzverband dann haben wir den abgeschlossen suche das flugzeug wenn du in den dschungel erder ist dschungel okay da dauert noch ein bisschen sind so gut ich will jetzt schon in den dschungel wer will mitfahren die weiß nicht wohin aber ich war hinten mit noch mal stehen okay dann halt auf motorhaube ich versuche einzusteigen und er fährt die ganze zeit so los geht's kommen irgendwie fehlt doch oder seid ihr zu dritt im auto zu zweit ja dann fehlt nur irgendwer ich glaube kühl ist gelb kann sein glaube ich drin oder ich weiß es nicht als ich bin alleine dann bist du bei mir wie bei dir leute platz und versuche sind weg kühle wo bleibst denn ja ewig wart jetzt an immer ich bin immer kurz hier das auto messer nachkommt da rein dann ist alkohol geld offensichtlich nicht ach du hast selber gerade sagt auch das dann warte nett möchte man nicht sein ich habe keine ahnung wo ich hinfahren muss danke ups also sagt man zum beispiel warte noch kurz ich blinder mal und zack weg ist ja ich komme ja schon aber nicht aber nicht ewig weil ich habe besorgen auf dem auto gerade wo muss ich überhaupt hin zu tanke ich bin danke 82 das aber teuer wir aber ist nicht ein liter ne musst du so bitte sehen das ist anderthalb mehr als anderthalb darauf berechnet anderthalb steigt damit alles das wird nichts mit dem auto und schätzt wie viele sogar lohne wie viel ist wohin eigentlich wir müssen die tankstelle rein auch da da hier du kannst schwere objekte nach feinden werfen okay habe im benzin kanister haben wir nämlich möchte ich habe geworfen passt sollte man die benzintanks vielleicht mitnehmen und auffüllen oder so nur so das ist die aufgabe das ist erst mal die pumpe anmachen kohle lass mich vorbei wissen jetzt allein ich schmeißt die mal hier draußen irgendwo hin das sind auf den minimap sind ja dings so kleine ich habe speisepaket ich habe ein paket rausgeschmissen mit essen also wir ziehen die gerade hier richtig ab so nebenbei erfähnt ich finde euch gerne mal ihr da hinten seid ihr irgendwo ich bin im laden gerade hier bei den in der tankstelle schau von